Cheerio, meine lieben Jigolos, willkommen zurück zu Super Seducer 2 zum großen Finale heute, denn wir spielen heute das letzte Kapitel und zwar die Sushi-Sushi-Bar. Was? Ähm, was? Ich hoffe mal, dass es irgendwie auch auf Deutsch, zumindest Englisch. Das ist mir auch gerade. Was hat der denn mal mit seinen Asiaten, ey? Also jetzt ganz ehrlich, so oft wie das hier vorkommt? Hoi! Finde ich auch immer geil, so, 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 keine Ahnung. Bitte lasst es auf Deutsch irgendwie sein. Oder auf Englisch. Hm? Hallo. Hi. Kann ich hier sein? Ah, sorry, kein Englisch. Was? Ich kann das nicht lesen. Was ist denn hier los? Ähm, da. Ähm, welche Sprache kannst du sagen? Ich habe kein Wort für's denn. Dann kann man mal ganz einfach, äh, liefern mit mir. Weil ich finde, dass du sehr schön bist. Du bist sehr schön. Ja. Also ich werde hier sein. Danke. Ich möchte dich hören. Was? Kann mir das nicht jemand übersetzen? Ähm, pfff, pfff, ja? Ah, ich möchte mich fragen. Mhm. Ich will, dass du schon mal kurz bist. Ich bin sehr schön. Ich möchte, dass du nicht ganz gut geschaffen hast oder wasst? Ja. Also ich möchte, dass du ein Buch hast. Ich habe keine Ahnung. Das ist gut. Du kannst ein Buch kaufen. Ich kann immer die Buch kaufen. Ich glaube, das ist ein Buch für die Welt. Das ist das beste Freund. Es ist das, was ich. Ich liebe dich. Ich bin Sön. Danke. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ja. Es kommt ja nicht mal Richard zwischendurch, er sagt, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich habe keine Ahnung, was sie da reden. Ich kann es nicht mal überspringen. Ich brauche... Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Ich verstehe kein Wort. Also die beiden Worte fangen ja... Also das hier fängt anscheinend mit dem gleichen an, weil guck mal, die Zeichen sind die ersten, sind gleich. Dann hast du hier das zweite Zeichen, das ist hier gleich, obwohl das auch hier vorkommt. Ich mache das hier. Überspringen! Ich trinke mal was, ich kann so nichts tun. bitte bisschen benötig. Ich muss die anderen Worte loswerden. Ich kann sie mit Hübschen reinigen. Ich kann sie mit Hübschen reinigen. Ich kann sie mir anschauen. Du kannst sie mit Hübschen sich und discernen. Und du kannst du mit Hübschen reinigen. Ich würde jetzt loslachen, wenn ich wüsste, was ich gesagt habe. Es kommt ja nicht mal Richard und zeigt, ob das richtig ist oder falsch. Oh Gott. Alter, ich versteh nix. Gib mir zumindest ein Englisch-Runtertitel oder so. Soll das irgendwie so eine Art Extra sein, dieses elfte Kapitel für Asiat-Tische, Leute oder so? Ich hab keine Ahnung. Hallo, ich will was verstehen. Danke. Also ich hab gelernt, Kommas war nie gut. Aber das erste Wort da steht, also machen wir das hier. Mörter? Mörter doch ein bön. Sie sind ein sehr bön, ein sehr bön, ihr wisst ihr? Ihr heißt, ich bin bön? Haha. Ich habe nie gesehen, dass ich in der Welt nie gesehen habe. Oh. Ich bin ein高等教育er. Ah. Ich weiß nicht, dass ich diese Dinge sage. Diese Dinge, ich weiß nicht. Was教育, was教育, was教育. Diese Dinge, ich weiß nicht. Ich habe viele Dinge gesehen, ihr wisst ihr? Warum? Ich denke, dass du das am meisten der Welt ist. Okay. War auch anscheinend schon wieder falsch. Ah, dann nehme ich das längere Mal. Warum konntest du diese Mot생 trigger? Weil ich das nicht immer очень gerne erspringen kann. Ich liebe es. Weil ich von immer leiden. Weil, ich super喜欢. Weil ich von all learn Komp cable immer mitうん, sozusagen. Und wie geht's euch so? Es ist eher ein bisschen. Deswegen kann ich eher ein bisschen zufrieden sein. Ja, ja. Als du auf dem Motto machst, hast du nicht mehr Sachen gemacht? Ich weiß, ich will etwas. Es ist manchmal sehr kult. Wie als Vater oder Mutter. Es ist manchmal sehr kult. Ich kann die Kerstin anmachen. Ich hoffe bitte nicht, dass es so lange geht, wie die letzte Folge von dem Trenner. Das wäre echt nicht begeistert. Also es hört sich jetzt gerade nicht so besonders an, aber sie lächelt. So. Ihr macht das schon. Ich habe jetzt nochmal das zu ernähren, dass es so viele今日は da zitten. Ich finde es, ich bin sehr close of mine. Alle. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Was haben sie geredet? Willen wir mal was extra lange? Ich weiß nicht, dass ich das so cool ist. Ich weiß nicht, dass ich das heiß machen kann. Ab hier was? Warte, warte, warte. Seht ihr das? Das sind Kekse, die hat meine Mutter gebrannt. Hat sie mir extra mitgebracht. Okay, ich habe irgendwas falsch gesagt, weil sie total Panik hat. Oder angewidert. Gut, das war falsch. Nämlich das kürzeste. Sie hat auch noch mal gesehen. Sie hat in auch eine Sie hat in der Nähe viele Gefühle. Sie hat in der Nähe und dann hat sie auch in der Nähe Blöden. Sie hat auch viele andere glückte. Und dann hat sie in der Nähe von der Nähe von der Nähe von der Nähe von der Nähe Das nutze ich gerne. Oh, sie ist voll gelangen, weil man sieht's. Ähm, das hier benutze ich immer so, wenn ich jetzt hier aufnehme und so einen jetzt getränke, ich finde, es muss eine gute Maßeinheit. Das ist so, dass ich so viel trinke und das war's. Also dann süßes Zeug. Mal am Tag so ein Ding zu trinken und sonst Wasser. Aber dann hätte ich nicht so mehr Wasser kaufen. Ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, wir machen bestimmt was falsch, aber ich verstehe kein Wort. Also es schien nicht das Beste gewesen zu sein, weil sie ihm doch ziemlich gelangweilt oder so aussieht. Hab ich noch irgendwas, was ich denn hier so... Keine Ahnung. Ich glaube, ich mach den Sound mal ein bisschen leiser. Damit, äh... Ich muss nicht mehr mit euch reden kann, weil... Ich verstehe nichts, ich weiß nicht, ob ihr euch was versteht. Warte mal. Ich zeig euch jetzt nicht die Marke. Aber die hier... Erinnert ihr euch noch an die Heiserkeit Edition von Harvest Moon? Und so? Wo ich doch leiser war. Die hab ich mir reingepfiffen. Damit ich widersprechen kann. So. Was ist das? Hallo? Ähm... Was? Jetzt haben wir Schwarzbild. Wow! Ich will ehrlich sagen, dass das irgendwie verbuggt ist, aber es ist irgendwie verbuggt oder so. So. Na ja. Kann man was zeigen. Hab ich auch mal geschenkt bekommen. Das hier. Das da. Oh. Ich wähle mal was aus. So. Und... Da ist der hier drinnen. Ja. Ihr könnt ihr das jetzt wegen der Farbe nicht. Aber es ist halt ein Geburtsstein. Den hab ich mir mal geschenkt bekommen. Der liegt bei mir heute noch. Wie lange ist das her? Ich glaub fast drei Jahre. Es gibt halt Geschenke, die man wirklich wertschätzt und die einem dann auch ans Herz wächst. Und deswegen behalten wir noch sowas. Ich würde sagen, wir spielen das Level nochmal, um das beste Ende zu kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das beste Ende zu kriegen soll. Oh, irgendwas? Oh, irgendwas? Ja, 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 ja. Hier. Weiß ich. Kennt ihr das? Oh, Moment. Äh... Das war irgendwie das letzte Mal das nicht so schönste, wenn ich mal das kurzste mache. Kennt ihr das? Das ist der Authenticator. Von, äh, Blizzard. Ich spiele ja World of Warcraft und hab mir den damals geholt einfach zur Sicherheit. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo in verschiedenen Sprachen oder was? Weil, guten Tag, kennen wir ja. Hallo. Hallo. Como esta? Heute ist mein originein der Ostseinze. Jetzt sagt sie uns, glaube ich, gerade. Es war nett, dich kennenzulernen, aber es ist irgendwie so brav. Es ist überhaupt nicht so schwer. Es ist ein sehr guter Mensch. Das war anscheinend was gut, weil sonst würde sie jetzt nicht präsentieren, ja? Pff, noch irgendwas? Wir haben jetzt 13 Minuten von einem Ding, was wir überhaupt nicht verstehen, beziehungsweise nicht. Also für alle, die das gerade wissen, verstehen und so, könnt ihr es mir vielleicht unten in den Kommentaren ersetzen, was wir gerade gesagt haben. Übersetzen, übersetzen, übersetzen. Genau. Ah, okay. 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 Hä? Was zeigt die ihnen da? Äh, Bobs? Okay, war anscheinend nicht das Richtige. Er guckt die ganzen Fotos durch. Weißt du was, ich geh heute auch einfach bei dem Handy. War augenscheinend nicht das Richtige. Aber, woher soll man das auch wissen, wenn, äh, wenn man nichts lesen kann? Ja, ich bin. Kann ich dir sehen? Ja, ich bin. Oh. Du hast ja sehr viel Erfahrung. Ja. Ja. Du bist sehr gerne bei den Musikern? Wie ist das? Du bist sehr gerne bei den Musikern? Ja. Ich habe noch so einen Stein. Ich habe noch so einen Stein. Ich weiß aber nicht, woher ich den habe. Keine Ahnung. Ich bin so schlau. Ich habe ja vor kurzem mal, äh, so ein bisschen was, äh, wie hieß es noch, Paulana Spezi geleistet, ja. Problem war, es kam immer nur mit Flaschenöffner. Und ich so, äh, Mist. Ich habe keinen Flaschenöffner zu Hause. Also ich habe, dachte ich zumindest, dass ich hier keinen habe. Dann habe ich also mal das hier benutzt. Ne? Das hier. Taschenmesser. Taschenmesser. Oh. Huch. Das war jetzt ungewollt. Dann habe ich gerade mal reingeguckt. Bei mir hier in eine kleine Kiste. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Oh. Ein verschmitztes Lächeln. Ich finde das unfair. Ich kann nichts lesen. Ich verstehe überhaupt nicht. Ist ja, isse, isse. Esse, isse, isse. Ja, toll. Ähhh, brrr... Da? Ich habe gerade geguckt, ob es später ist. Nur mal Austausch. Ist das nicht was Gutes? Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin ein sehr lustiger Mädchen. Ich bin auch. Ich glaube, wir müssen noch Zeit sehen. Ich bin ein sehr froh. Ich denke, du bist ein sehr lustig. Ich bin sehr froh. 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 Wunderbar, klasse. Das war nicht das beste Ende. Da haben wir noch eine Chance. Dann haben wir das hier. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Seltsam, aber... Oh, oh, oh! Du willst du machen? Du willst. Das war anscheinend nicht das beste. Ich bin sehr froh. Oh, ja. Ho, ja. Ich bin ein sehr guter Ende bekommen. Schön. Falsche Entscheidung. 6 von 12. Ja, ist gut, dass ich auch sehe, wo was falsch war. Also die Tierfrage. Wollen wir versuchen, mal das Ausgezeichnete zu nehmen. Dann müssen wir aber merken, dass die fünfte, sechste und siebte war falsch. Ich hoffe, wir können jetzt überspringen, dann haben wir ein Problem. Nein! Man kann... Nee, nee, sorry. Nee, sorry. Ja. Was ist denn das bitteschön für ein Level? Und nicht mal so ein... So ein Party-Dings kriegen wir. Äh... Brrr... Ratgeber, Extras... Alle in Teil 1, Out... Beste Ende oder Hypnose Ende Teil 2... Achso, okay. Einführungsvideo... Ja, nee, danke. Ratgeber. So, sie gibt uns dann die Tipps, wie wir uns da verhalten sollen. Super-Studius-R3. Huch! Kommt am 6. März 2013. Gut, Freunde, wisst ihr schon mal Bescheid. Wollen wir wahrscheinlich das nächste Mal... Äh... Spielen werden. Ja, Leute, was soll ich sagen? Sorry, dass wir kein gutes Ende bekommen haben. Also kein Ende jetzt mit Abschluss und so weiter. Ich hab keine Ahnung, das letzte... Keine Ahnung, was das war. Ich wollte vielleicht bei Einstellungen erinnern, dass es irgendwie... Keine Ahnung. Nö. Jedenfalls. Jedenfalls war es eine super interessante Reise mal wieder mit euch gemeinsam hier. Wir sind jetzt wieder mal eine Stufe weiter zum perfekten Casanova, Adam Nova. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, wir sehen uns dann beim dritten Teil im März wieder. Das nächste Projekt, was hier abends laufen wird, wird wieder ohne Cam. Also, weiß nicht, ob ich sagen soll, es freut euch oder nicht. Jedenfalls. Ähm, war es super, dass ihr dabei gewesen seid. Wäre super, wenn ihr auf jeden Fall diese Folge noch bewerten könntet. Denkt natürlich auch an den roten Gigolo-Knopf. Um nichts zu verpassen, werden wir uns in die dritte Runde stürzen, um ein perfekter Casanova zu werden. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. OBS reagiert, wenn nicht. Sorry. OBSEN Wies. OBSEN Wies. OBSEN. 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 Vielen Dank.